Hallo, ich bin Lukas, ich komme aus Bremen und das ist mein Genellstück. Bei dem Design war mir wichtig, ein Stück zu fertigen, welches sowohl leicht und elegant wirkt und den praktischen Anspruch an einen modernen Schreibtisch erfüllt. Ich habe mich für einen Körper aus Nussbaumfurnier in Kombination mit anthrazitgrauen Beinen und einer Klappe entschieden. Wenn man die Klappe öffnet, befindet sich im hinteren Bereich Staurung sowie eine Steckdose, die das Laden meines Laptops oder meines Handys ermöglicht. Die Kabelführung ist in einer innenliegenden Nut des Beines versteckt. Vorne sehen wir drei Schubkästen mit einer durchgehenden Furnierlinie. Die schräge Front sorgt für noch mehr Leichtigkeit. Die aus Aon gefertigten innenliegenden Schubkästen und die Vollhauts-Auszüge schaffen einen weiteren Farbkontrast und ermöglichen eine leichte und lustige Zugänglichkeit. Die aus Aon gefertigten innenliegenden Schubkästen und die Augenbetrower werden mit einem Lüfenx-Auszüge im Hintergrund besteckt. Die aus Aon gefertigten innenliegenden Schubkästen und die Oberhauts-Auszüge. Die aus Aon gefertigten innenliegenden Schubkästen und gefertigten die Beine H張. Die aus Aon gefertigten innenliegenden Schubkästen fest.